Man will, man will nicht. Ich hatte sehr viel Schreckhaftigkeit. Und jetzt hatte Frust, der Besitzerin gerade hat losgegangen. Er will auch schnappen. Hier ist Maulkorb, aber ich habe ihn weg von Maulkorb und ich müsste freiwillig das alles, was ich will machen. Aber muss ich auch passen, wenn etwas gefällt ihm nicht, er will schnappen. Darf ich nicht forciert etwas. Jetzt muss ich stoppen diese Verhaltung. Ich mache einfach ein bisschen Spaziergang. Ich mache es nicht. Super. 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 konnte zu mir und dann macht man hatte angst mal hatte angst mal mal so mal so ich will auch immer ganze zeit abstand geben wenn ich jetzt geht los zu ihm er will schnacken aber jetzt ich will nicht geben jetzt zu viel freiheit siehst du wie lasst viel und jetzt sehr vieles gestresst sehr viel und muss ich im abstand geben und muss ich so lange wartet wenn sie ein bisschen entspannen selbst selber kommt zu mir jetzt egal was ich versuchen er wird flüchtet von mir und dann mache ich noch mehr stress und dann wird nicht funktioniert deswegen jetzt muss ich ihm zeit geben ein bisschen einfach hingeben nicht möglichkeit wenn zu viel flüchtet von mir aber ich möchte ihm auch nicht druck machen wenn es schnappt oder etwas stres zu machen ist schon gestresst ich muss das nicht noch dazu wasser 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 Untertitelung des ZDF, 2020